hallöchen liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen angespielt seachine heißt die app und sieht sehr düster aus hier guck mal eine kleine geste ist weniger anstrengend schwimmen wir mal entgegen ihr licht verschwindet kristalle geben ihnen licht bambam immer schön dagegen preschen ich will nicht muss darunter die strömung fische geben licht und punkte da oben haben wir noch punkte oder weil sie nicht überleben sterne geben macht wenn die dunkelheit herrscht verwenden sie einen stern für licht oder macht tippen sie doppelt überall oder klicken sie auf den russ nein ich wollte es mal testen sie sind bereit keine was keine rückkehr ist möglich treten sie eine die dunkelheit ach du scheiße da kommen wir noch was hinterher oh mein gott ich wollte mir den nun mal angucken ich denke der wird uns die ganze zeit irgendwo verfolgen ich werde mir nur gegen die lichtviecher schwimmen alles andere ist mir ein bisschen zu ich hab da was ist ja eklig irgendwas zerklebt da meinem kopf oh mein gott sterne oh mein gott der greift mich an oh mein gott oh mein gott geh weg 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 alter ist das dein ernst was war das denn so schnell konnte ich nicht mehr schwimmen so schnell war der gewesen ich kann mal in die richtung laufen schwimmen war schwer ein stern die hänge einfach wie man den wänden drin na komm gib mir doch den stern danke ich muss mal neue fische fangen neue glühwürmchen so wir haben sterne hier haben wir punkte für unsere rangliste wahrscheinlich und so ein high score was ist das hier eine combo gegen mittel using star instant secures poison ah ok also mein sterben benutzen halt das instant also sofort gift was hat er jetzt gemacht jetzt habe ich die app beendet ist ja auch sehr clever gewesen bullshit ey antiparasite ein stern zu benutzen betäubt den parasiten der sich an den körper angeheftet hat sprint erhöht deine schwimmen schwimmgeschwindigkeit für einen kurzen moment magnet gut klar die ganzen dinger in der nähe werden ein bisschen angezogen schockwelle blenden das ist halt immer mit benutzung des sterns kombiniert lumineszenz gibt 50 prozent mehr licht das benutzen von sternen discovery map mapura Ups Das darf ich ja wohl, oder? Ich bin ja eine kleine Qualle Aua, Aua, Aua Steuern schon da so grauenvoll In die Richtung, die ich eigentlich wische Tut er nicht das, was er eigentlich tut Oh Gott Oh, ich hab schon mal einen Parasiten dran Den kann man dann halt Abbimmeln später Oh mein Gott Ja okay, da muss man bei so großen Dingern Muss man also aufpassen bei so großen Gebieten Ähm, da da auf jeden Fall immer einer Wahrscheinlich vorkommen wird Ja, zum Beispiel hier wieder Vielleicht gesagt nicht nach oben Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich will's gar nicht wissen Ich will's gar nicht wissen Oh mein Gott, da kommt mir einer Oh mein Gott Ohhhh Verzähl ich du, Drecksfehl Warum gibt's denn hier keinen Ohhhh Keinen Ausgang Nach oben, nach oben, nach oben Ich glaub hier nicht, dass hier hinter kommt Oh Gott sei Dank Ist ja grauenvoll das Spiel Ich werd hier schon wieder gebumst Okay, aber die kommen meistens nicht in die Oh, ich hab mich geirrt Die kommen meistens nicht in die Ecken rein Ähm, das mag bei dem riesen Ding gerade so gestimmt haben Ja Oh Gott, komm, komm doch ein Mach doch mal das, was du machen sollst Du beschissenes Drecksvieh Ja Ja Was haben wir hier noch? Ey, der schwimmt irgendwo hin, wo's Bock hat, ne? Eigentlich gar nicht dahin, wo ich das möchte Ist ja von mir geht's komischerweise Na, 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 nach oben, nach oben, nach oben Ich heute möchte ich mal nach oben Ups, hi Ja Ja, war lecker gewesen, ne? Ah, na ja Gut, hier kann man sogar später noch eine dritte Fähigkeit freischalten Da kann man entscheidend immer nur drei Fähigkeiten aktiv haben gleichzeitig ich wurde gegessen lecker das spiel ist gruselig leute das spiel ist echt gruselig ja und eine werbung wird natürlich wieder in 16 zu 9 angezeigt obwohl das spiel in diesem kleinen format ist ich finde das immer super von den entwickler unfähigen dreckstücke das musste mal gesagt wenn bei der werbung nervt mich das richtig aber richtig richtig und ja das war es auch gelesen angespielt meine freunde erspielen möchte wieder beschreibungen sind links zum spielen ich danke fürs zuschauen und ich würde eigentlich jetzt mal das noch mal anklicken hier kann man die sterne kaufen hier kann man sich qualen auch freischalten dieser geschwindigkeit beweglichkeit geschwindigkeit verteidigung licht und leben ok und dann haben wir hier noch irgendwas gehabt die fische ok ihr seht ihr was wir schon gelernt haben über die terrakone avoid at all costs also wir sonst auf jeden fall vermeiden hero und dann noch den wacker kakao und dann die ganzen pflanzen und dann haben wir hier noch keine ahnung was ist es da kommen wir hier das möchte zum beispiel unser licht saugt uns licht ab und so was hat alles gut mit den freunden das ist das gewesen angespielt zu sicher im video beschreibung sind die links zum spiel ich danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bei angespielt ciao leute